Hallo liebe LEGO-Freunde, ich bin Holger, der Austrian Brick Fan aus dem schönen Kärnten in Österreich und heute LEGO City, Set Nr. 60381, der Adventkalender für das Jahr 2023. 258 Teile für 26,99 Euro. Auch da Preiserhöhungen, ihr wisst mal, so vor ein paar Jahren waren die City Adventkalender immer 19,99. Jetzt haben wir halt eben 20, 25 Prozent teurer. Normale Preissteigerung kann man fast sagen. Es ist alles teurer geworden, macht auch vor LEGO nicht halt. Ja, was werden wir bekommen? 24 Türchen, ich denke, Micro-Builds von LEGO City-Sets aus dem letzten Jahr. Vielleicht auch Andeutung von dem, was da in Zukunft kommt. Keine Ahnung, wir werden mal sehen. Mehrere Minifiguren, meistens so 6, 7, 8. Ich weiß nicht genau, das schwankt immer so ein bisschen. Und was mir jetzt aufgefallen ist im Vergleich zu Star Wars, Adventkalender und so weiter. Wir sehen jetzt hier auf der Box relativ wenig von dem, was drinnen ist. Wir sehen also auf der vorderen Seite eigentlich hauptsächlich Minifiguren. Wir sehen da dieses kleine Eishockey-Tor, aber das war es im Endeffekt. Und auch auf der Rückseite sieht man da nicht wirklich mehr. Also bin ich gespannt, was da noch so alles an Sachen drin ist. Und ich würde sagen, lasst uns anfangen mit Tag 1. Viel Vergnügen! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020